Du? Ja, let's go! Schauen wir mal wieder sowas jenig. Ja. Wir müssen ihn tiefer hängen, ne? Hängt ihn höher. Nee, aber so. Ja. Ich sag mal beim Einstellen sieht das ganz anders aus. Ja, ich weiß auch nicht. Das kann und den sollte und wüsste... ...wie man die Playstation 4 Kamera ordentlich einstellt. Also, wie geht das? Ich mein, mit einer Person ist es anscheinend simpel, dann geht die Kamera genau auf ein Gesicht. Aber wie macht man's mit zwei? Wie gesagt, Rätseln in der Finsternis. Allerdings sind wir jetzt schon schnell genug gewesen. Wir haben schon einen Kurs gewählt. In den Tropen. Yeah! Und wie gesagt, ähm, die Tropen sind jetzt Teil eines DLCs. Haben wir mal 10 Euro im Club geschmissen und YOLO gerufen. Das ist Collectors Edition. Yes! Und los geht's. Wir haben das Handicap vergessen. Bei deinem Player. Sollen wir nochmal? Den kann man ja eh nicht dauerhaft machen. Das ist richtig, aber... Okay. Vielleicht hat's ja eine Auswirkung, aber... Na. Na, meinst du nicht? Na. Na gut. Ah, ich hab's verpasst. Was ist da los? Es klingt nicht recht großartig. Hm. Okay. Okay, machen wir mal. Ja. Es gibt und so kommen sind am Start. Schade. Eck-Tiveau ist nicht dabei. Aber Skibi ist auch nicht, oder? Ja. Hm. So kommen finde ich jetzt nicht so. Da war Bärla auch besser. Da hat sich wohl ein Call of Duty Kitty verlaufen. Ja. Und... Hexor! Oh. Oh. Es sieht gut aus. Ups. Next. Jetzt? Ja. Der nimmt Anlauf. Dann tanzt er noch bevor er losliegt. Er tanzt den Ball. Das ist Eddie aus Tekken. Der macht gleich Capoeira. Achso. Uh. 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 Naja. Das ist nicht schlimm. Einig... Ordentlich draufbuttern. Gutes. Nicht? Noch eine höher? 60 Prozent von... Naja. So ist auch noch okay. Ja, eben. Ne? Und... Hier sind... Oh, irgendwie... Da kommst du aber hundert... Ja, zumal... Hm. Ja, aber... Ja, aber... Ich glaube, du könntest bis zum 2,25er raufgehen. Und dann ist es immer noch bei... Ja, okay. Oh, ah. 40 Prozent. 40 Prozent. 200, 200, 200, 200. Hm. Ja, das ist... Ich glaube, da laufe ich mit dem bisschen besser. nicht. Judah, was das. yani. Ich weiß, was das versteht. Ja. Fairway... Oh, oh, oh. Stop. Hey... Okay, back on the fairway. This is a good thing. Yeah. Okay, so we have about 115 yards. There abouts. Schönen guten Abend! Hallo? Nein, oder? Ja, mal gucken. So möge er sich melden, wer auch immer hier hereinkam. Ich glaube, ich pimp den und ich fahr gut. Leider ist das so unscharf. Bis 120 sind das jetzt wohl, ne? Dann muss es gehen. Ich habe nicht aufgepasst. Nein, ich meine, wenn man... Ja, das kann man immer schlecht lesen, ne? Eben, es geht auf 545% bei der Markierung. Dann dürfte ja die Mitte jetzt hoffentlich passen. Mal gucken. Could be in the rough here. Nein! Ah nee, der hüpft schon aufs Screen. Ja, irgendwie, der labert immer. Ja, viel zu schnell. Er ist vorschnell. Es... Der Aufschlagpunkte halt immer anscheinend. Ah, da müssen die Entwickler noch schrauben. Ein 7-Yard-Chip müsste ich doch eigentlich über die grobe Fläche rüberkommen. Hm. Ja. Es sind 18 Yards. Ja. Also, wenn ich das spielen würde, würde ich ja einen 30-Yard-Flop machen und ihn auf 80% runterpimpen. Ja. Weil der kommt hoch und beißt. Also... Ich habe ja nur gerade überlegt. Ja, ja, ja. Ich meine, ich will es ja nicht ausreden. Oh Gott, wir... Dieses Golfer-Speed schon, ne? Oh, komm, gib mir halt den Flop. Danke. Und letzten Endes muss man auch nicht ganz ausholen. Wobei... Das müsste eigentlich genügen. Hm. Was ist denn? No, aber... Okay, 20 feet to the car. Das ist super okay. Das ist dann mein Paarschlag. Ich kann noch Paar machen. Hm. Ich werde wohl Paar machen. Das ist... nicht ganz so einfach. Oh, ich dachte, das würde fallen. Okay, lass uns sehen, was du mit dem 8-Footer machen kannst. Na ja. Na ja. Na ja. Ich bin zufrieden. Souverän. Sehr gut. Krass. Und der nächste Hau kommt. Okay, jeder ist eben auf ebenem. Ja. Na ja, ich lasse euch wissen, dass es ein bisschen windig ist. Also, behalte das in minde, als du mit dem Tee gehst. Dass da nicht noch ein paar kleine Alligatoren liegen oder so. Hätte man sicher machen können. Ja. So sieht's auf Antigua aus. Ein bisschen. Alles gut. Äh... Den Driver nehmen wir da. Warum was Kleines? Und so windig ist es gar nicht. Äh... Uh, aha. Aha, 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 aha. Dann sollte ich so eigentlich recht sicher sein. So. Okay. Was? Was? War doch im Bilderbuch. Der hat doch gerade gemeckert, oder? Ich hab's nicht ganz verstanden, aber so wie's klang schon. Ich dachte, er hat gesagt... Merk's ab. Ja. You can't hit... All the... Blah. Ah. Nee, das ist ja der Spruch, den er bei mir gebracht hat. You can't hit all the greens. Ja. Du bist aber schon auf dem Driver, oder? Hu. 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 Hach. Ich hab's nichto... Da, ha. Wiemm? Ich will ... zu wenig. Ja, okay. Ja, okay. Nice, okay. Ja, okay. Ja, ja. Ah, nicht so weit. Okay, 25-Footer von hier zu der Cuppe. Oh, ne. Okay, 11-Footer hier. Das ist definitiv makeable. Das ist definitiv makeable. Was bist du für einer? Das ist der Ton. Ja, für ihn ist es makeable, huh? Das ist der Ton. Noch ein bisschen, so vielleicht. Awesome. Ich hätte ihn nicht gedacht. Nice putt, we're in the hole. Good stuff. Skippy ist gerade furchtbar abgewogen. Und es war ein Punkt verloren, aber immer noch ein paar. Es kann viel passieren. Ich habe noch keinen Totalausfall gehabt. Boah, siehe letztes Mal, also da war hier und da. Mhm. Nice bird on that last hole. Let's see another one. Thanks, John. Mann! Oh, Mann! Jetzt! Nie danach dann. Was machen wir denn hier? Rückenwind. Das ist vollkommen in Ordnung so. Man kann es doch ruhig so machen. So ganz erschließt sich mir das extrem noch nicht. Echt? Ich denke mal, dass halt viele Hindernisse und Biegungen und hoch und runter und so. Drittes Loch und noch nicht wild. Und nirgst du? Ja, nee. Er war doch nicht verrissen. Ja, nee, nee, nee. Also komm du mir bloß nicht in den Bunker! Du Sackgesicht! Also komm, und der Wind weht nach da. Also wie kann denn der denn nach links fliegen? Alter, deine Kräger nach. Ja, aber nicht so krass. Und wieder Rückenwind. Sitz ich im Bunker. Oh, zu kurz. Oh! Ja, es ist auch ein Bunker. Aber immerhin schon näher dran. Ist ja auch was. Ja, wegen 1% brauchen wir mal. Hm, hm. Nur ruf. Ah. Uh. Das ist noch okay. Hm, wo fliegt denn hin? Straight. Ich verreiß aber nicht. Ja, aber. Das heißt nichts. Das heißt nichts. Wirklich, du hast ein guter Distanz aus dem Sand. Nice job. Ja. 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 Das ist eine Schönheit. So. Raus aus dem Bunker. Aha. Hm. Hm. Na gut. Na gut. Hau. Oh. Oh. So, machen wir das. Oh, ich dachte, das war es in. Hallo, das nächste war für Birdie. Hallo, Zuschauer! Guten Abend, willkommen zu der Golfklub. Und unsere fabulischen... ...Skills. Ha! Oh, er didn't rufst! Ich hätte nur ein Birdie machen können. Ich mach paar. Nee, das ist nicht paar. Das ist der sechste. Nee, das war der fünfte Schlag. Achso? Ja, klar. Ah, wir sind paar. Ja, aber ich hätte ein Birdie machen können. Trotzdem im Ausflug im Bunker. Okay, jetzt wird's... ...interessant. Gnaggisch. Gnaggisch mit ein Stückchen Blut. Ah, dahin. So, so, okay. 225? Das glaub ich nicht. Also, bitte, dann mit mal mehr in die Hand. Ha! Okay. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Drüber! Nee. Bitte? Bitte? Verzogen. Doch. Ey, so weit links war ich aber nicht, ne? Ich hab nicht mal verzogen. Und der Wind weht wie nach links. Ey. Ey! Pack mir mal wieder der große Scheibe aus. Du? Hm? Wo fliegen wir hin? Da fliegen wir hin. Bei 100. Okay. 207. Nice! Well, ja, du hast den Sand. Das ist alles, äh... Das ist alles, was du für's fragen kannst. So also, ne? Hm. 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 Das war ein bisschen unterwählend, aber du bist aus dem Sand. Unterwählend? Du willst mich verarschen? Ach komm. Mittelschmeld. Das will ich nicht sein. Das geht runter. Nein, zu viel. Oh, schade. Schade. Okay, wir sehen uns ob du kannst, hier. Ja! Solid par, gut gemacht. Danke. Und du hast in die hole, mit einem nice pop. Ich bin immer noch ein Punkt hinter dir. Nur einen Punkt. Nur einen Punkt. Ja, das ist eben... Ich zitter. Oh, hold in one Ding. Ja. Es gilt. Gegenwind. Okay. Hm. 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 So mache ich das. Heading for the green here. Hm. Der Wind ist gar nicht mal so. Oh. Stopp. 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 Ja. Das sieht besser aus. Oh. Oh. Ah. Mann, ich möchte mal eins sehen. Ja. Von mir. Ist mir auch wurscht von dem. Was ist das? Ist gemein. Ich mach dir alles vor, weil du genau nebenan bist. Ja. Ich stalker dich. Ja, ey. Das... Und das ist schnell hier. Und runter. Für eine Fahne haben. So. Ja, ne, so. Ja, ne, so. Ah, jetzt. Ja, ne, so. Ja. Ja. Immer noch zu wenig, oder? Ah. Ja, ne, so. Oh. Und ich hab mich wirklich aufgetrunken. Nein. Wird schon. Ein bisschen mehr. Ja. Perfekt. Und dann auch noch so viel weiter. Vielleicht, weil es zu fest war. Ja, klar. Das kann... Ja, natürlich. Weil wenn er langsamer wird, dann biegt er sich leichter. Physik. Das war's. Ja. Ja. So wie jetzt. Ja. Jetzt hab ich meinen ersten Boki. To save par. Hm? Nice pot. Four feet to the hole. You can do this. Solid pot out there. It was for bogey. But, uh, solid nonetheless. Okay, our current leader is sitting at one under. Nah. Okay, you are in the lead. No pressure. Skippy. Yeah, no pressure. Danke, John. War Skippy nicht ein Delfin? Skippy. Skippy. Der kleine Delfin. Hmm. Welches popkulturelle Wesen heißt Skippy? Skippy? Ihhh. Bunker time. Wo sind die Geister? Ah. Skippy das Buschkänguru. Ah. Und Skippy ist im Bunker. Der Idiot. Der darf aber nicht hin, der muss im Busch. Der muss im Busch. Okay. Ich glaube, so sollte ich nicht im Bunker landen. Hoffe ich doch. Schauen wir mal. Nice. Should be in the fairway. Oh mein Gott. Ah, hab ich anscheinend. Ja. Ah. Okay. Here we go. Was ist schon wieder drin? Aber passt eh. Äh. Ist sogar brillant. Ich würde sagen, 105 Yards oder so zu der Pin hier. Mhm. Mhm. Oh. Aber die Stärke war gut. Mhm. Und es sieht aus wie wir 100 Yards haben. Äh. Hör. Yes. Yes. Ich hätte auch. Naja. Ja. Was? Ach nö. Oder? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Ey. Schweinerei. Flop. 12. Aber ich hab eh 54 Prozent. Macht 17 halb. Ja. Weniger. 12. Aber ich hab eh 54 Prozent. Was war das denn? Es ist nicht so großartig. Aber du bist auf der Puppe. Das ist ein gutes Ding. Aber guck mal. Ich lieg da unten. Und hier ist extrem. Ja. 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 4 feet. Lass uns das machen. Okay, lass uns von hier raus. Okay, unser heutiger Lieder ist auf dem Eiffenberg. Ah, ich habe ja vorher noch einen Punkt verloren. Ah. Stimmt. Also jetzt noch mal. Ach, Spacken zum Kneisen. Mach's mir vor. Moment. Ähm, das Loch? Okay. Lang. Sehr lang. Und er gibt dir ein kleines Eisen. Yeah, oder? Wo gehen denn die hin? Okay. Okay. Gut, dass ich nicht sehe, wo er hingeht. Äh. Aha. Nice. Weiter als alle anderen. Nur. Hm? Ich habe Rückenwind, das passt. Da pimp ich nicht. Da pimp ich nicht. So. Warum 93? Nein. Ich habe doch voll Gas gegeben. Ach, Scheiße. Ne, gut. Hm. Hm. Weißt du nicht, dass es drüber geht? Nein. Niemals. Oder durch? Ich werde es mit durch versuchen, weil... Dann müsstest du einen Punch mal machen. Nee. Das hatten wir noch nie. Aber Punch sind die, die flach gehen. Das ist mir dafür noch zu weit. Okay. Was geht? Na? Na? Gut. Ein Pitch mit 45. 80 Prozent. Äh. Passt. Schade. Was? Was? Oh. ja. So. Ja. Knapp vorbei ist auch dem jem. Ah, welcome in the edge. Aha, aha. Tippity-tip. Okay. Was ist das denn hier? Die gehen zick-zack. Okay. Ugly lie, but we're almost on the green. Let's keep going. Okay. Okay, let's see what you can do with this seven-footer. This is definitely makeable. So, she did. Well, I'm happy to move on. Alright, our current leader is at even her. I want an point. I want an point. I want to have a point. I want a point. I want an point. I want olla pizza. Wir könnten ja beim zwölften Loch bestellen, dann dürfte es am achtzehnten da sein. Wie stellst du dir das vor? Was? Wir haben zwei Zuschauer. Ja, angucken. Wie wir Pizza bestellen. Anrufen. Es gibt ja auch sowas wie eine telefonische Bestellung bei denen. Oh! Bei dem Bunker. Schön. Wie haben die das noch schaffen können? So bin ich doch vollkommen sicher. Sprach und dann im Bunker. Das wird jetzt schön sein. Sieht sich, wie du hier in den kurzen Sachen bist. Schwarzstaff? Nein, gut. Das wird jetzt schön sein. Ah, Schatzdorf. So, komm und Skippy sind Pfeifen. Was? Was? Ja, warum bist du dran? Weil ich weiter hinten liege als du? Exzeptional. Mein Gott! Nein! Nicht ganz. Ich bin genau aus dem Schatten der Fahne gelandet. Das ist perfekt! Und ich brauch mehr. Ja! So. Einschmieren, dann haben wir längere Zeit. Heading towards the beach here. Nein! Äh... Floppen, hm? Du flopst ihn jetzt rein. Nee, niemals. Guck mal. Boah, ey. Ja. Neun Yards! Da haben wir ja noch weniger. Ja. Hm. Ja. Neun Yards! Da haben wir ja noch weniger. Ja. 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 Neun Yards! Ja. Und das ist Bordhet Pard. Außerhalb. Die fünf Föder hier. Nichts zu schlecht. Ja! Ja. So! Geh mal mal in die Halbzeit! Oh, mit einem... Trocken wir das mal. All in one. Mhm. Distractions everywhere. Äh... Äh... Nein, nein, 40, 45, okay. Da pimp ich mal nix. Warum muss ich anfangen, verdammt? Okay. Nein, zu mich! Heading towards the water. Scheiße! Zwei Punkte! Fuck! Ja, du, jetzt muss ich erst mal hier... Ja, ich hab einfach zu wenig Gas gegeben. Hm... Hm... This one's looking good! Ja... Scheiße! Ja, aber es ist ein langer Putt, also... Hm... Ach! Ach! Oh, guck mal. Es geht rauf. Auf und kneter immer wieder. Das ist für Birdie. Nein! Nein! Ein kleines 5-Footer hier. Nicht zu schrecklich. Oh, ich bin betrübt. Ich bin... Ahem. Pfff. 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 Jeß! Aber ein Punkt Ja Ein Führer Wieso darfst du jetzt anfangen? Ich weiß auch nicht Nein du scheiße Ich bin Player One Ready Irgendwann hab ich auch eine Wer mir eine Playstation 4 sponsern möchte, darf sich gerne bei mir melden Ich glaube damit hängst du ja zusammen Also wenn du ein eigenes Golfclub glaub ich hast, kann man sich schon als Friend einloggen Warum 245 schon wieder? So komm, du bist ein Loser Es geht eigentlich nice mit Rückenwind dahinter Schön Ja Hier So Na ja, nicht ganz So schlecht Beat this! very nice all right let's pop this in the fairway something sounded off there heading to us the beach ich hallo zurück fuck you ehrlich doch nie doch nie da mach ja muss erst noch kacken moment du musst was ja guck doch mal pop ah jetzt geht's now I have the swing I need hello and welcome to the golf club I can tell you that so we have about 165 years ago ich führe mit einem punkt ich mache ein weniger pass auf ich habe rückenwind Leo ist unterwegs und da rückenwind ja so machen wir das nein warum ging das so weit nach links ja das frage ich mich heute auch ich hab ich hab irgendwie ein Knick im Daumen oder so und der Klinik Realität ab der Begründung der meinetwegen der Klubselektion du sollst den Schläger sehr gut auswählen ja toll ich nehme den das ist ein sehr guter Tipp er echt das drückenwind der geht drüber ja aber das ist zu wenig ich will überhaupt nicht helfen also das geht Ich kann es nicht... Ich kann es nicht... Nein, ich kann es nicht... Oh... Halt! Halt! Sie macht es stark in dir! Okay! Meine Vierte! Nur mal eben 43 Fuß putten, oder? Da wird es schnell! Ja, aber locker! Ja, aber locker! Nee! Das wird echt... Glorious gewesen! Na, immerhin! Also... Das wäre ja lächerlich gewesen! Jetzt habe ich meinen tollen Punkt wieder verloren! Hm... Ja... Ja... Äh... Jeder... Oh nein! Was? Ja! Aber so schlimm, glaube ich, ist es nicht! Äh... Dass wir nicht wissen, auf was wir jetzt spielen! Das ist Blind Golf! Ja, und? Es ist schon Loch 11! Ja, und? Du musstest mir ja eh nur nachmachen! Du musstest mir ja eh nur nachmachen! Pfff! Das war's wohl noch smashed! Ah! Nice! Du musst! Du musst! Du musst! Du musst! Du musst! Okay, wir schauen auf 180 Yards oder so! Ist das so? Weniger Power! So viel weniger! Möchte ich meinen. Ich glaube weniger wäre mehr gewesen, oder? Ich bin immer näher dran. Ja, ja, ja. 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 Ja, okay, das war blöd. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ah, zu viel. Äh, nein. Okay, 13-footer hier. Ach, nö, jetzt werde ich gequält. Jetzt könnte ich heiß laufen. Oh, man. Little 6-footer hier, nothing too scary. Nein, doch... Fuck, 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 habe ich wieder einen verloren. Ja, äh, zwei sogar. Na, warte. Na, warte. Boah, scheiße. Na, warte. Mach du mal vor. Well, uh, just letting you know, it's a bit windy out there, so... Ja, 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 bleibt ja nix. Ich werde gut beobachten. Oh, ja, 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 ja... Das war's für heute. Ich habe jetzt den Wind eigentlich stärker eingeschätzt. Knapp unter der Hälfte. Also gehe ich mal. Ja, ruhig hier hin. Das sollte mich nicht so weit bringen. Was sage ich denn da? Oh. Es ist ein Trapp. Weiter sogar als du. Nee. Da lag da noch ein anderer. Skippy hat reingetippt. Es geht nach links. Äh, äh, ja, ja, ja. Äh. Nee, das ist nichts. 10 Föter hier. Ich denke, das kann gehen. So. Gehen ein bisschen rauf. Schön. Okay, ich will das, um zu retten. Bitte nicht. Ja, okay. Uh. Oh, komm. Also, bitte. Okay, let's see what you can do with this 8-footer. Ach, komm. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, mm. Wim. Alle Punkte verloren. 50-50. Ja, im Gesamt. All right, let's let her rip. So. So, einfallsreich wie letztens ist es, aber nicht. Nee. Das sieht doch schon ganz gut aus, so wie es ist, eigentlich. Ja, so machen wir das. Das ist ein schönes. Das ist ein schönes. Okay, hier geht's. ich nutze die gelegenheit ganz kurz weg was ist jetzt los hast du schon ja aber du bist noch dran ich bin nicht dran it's not my turn kennt ihr die eine Szene aus Scanners wo dem einen der Kopf explodiert ok hi das ist der Golf Club und ich bin nicht dran und wir haben noch fünf Löcher und es kann gleich weiter gehen ich bin wieder da aber wenn Frauen pipi müssen dann gibt es da nix so verlieren Punkt nö doch jetzt gucken gut mhm 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 Okay, 12-footer hier. Nichts zu schrecklich. Oh, bitte nicht. Ja, okay, das war lustig. Verdammt! Verdammt! Na, warte. Das mach ich gut. Plonke-et. Oh, die Vase wieder. Oh, ist der lang. Ja, that's what she said. So muss es sein. So, okay. Let's have a look. Show me what you got. Okay. Wow. No good. Okay, let's put this drive in the fairway. Ja. Ich bin weiter vorne als die anderen. Ja, so kommen Skippy sind Versager. Na, Skippy hat in dieser Hälfte bisher 13 gebraucht, während wir 17 gebraucht haben. Okay. Okay. That drive was crazy. Yeah, Koko Loko. Was wollte er damit sagen? Ja. Okay, so you're in the rough here. I'm not gonna lie. Hä? 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 Oh, mein Gott. Wieso schieße ich denn jetzt so Bananen? Sag einmal. Deine Ahnung? 303 Jahren noch. Alter Schwede. Mit Rückenwind. Und Bunkern. Yeah. Ja, hm. So vielleicht. Was wir noch überhaupt nicht benutzt haben, ist Fade and Draw. Ja, nee, das tue ich auch nicht. Ich verziehe eh ständig. Aber wenn man beabsichtigt nach links wollte, könnte ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen Draw machen. Schau mal mal. Hä? Was soll's. Okay. Er geht nach links. Okay. Hoffentlich am Bunker vorbei, ja? Hey. Hm. Okay, uh, yeah, we found you in the rough, but I don't think that it's, uh, in the deep rough. Ja. 80 Prozent. Das sind... 40. Ja, oder 42 weniger. Also das passt nicht. Wenn ich nur noch ein bisschen runtergehe. Auf 145. Scheiße! Wieso verzieh ich immer? Das war immer noch zu fast. Du bist auf dem Grün. Du bist in der Nähe vom Grün. Okay. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Der war schlecht. Aber der schlagt mal gut. Ja. Oh weh. Das krieg ich jetzt nicht mal aus meinem Kopf. Der hat ihn schon geküsst. Der hat ihn schon geküsst. Was ist hier los? Was soll ich wissen? A sad story of a small hole trolling the little Sonja. Eigentlich ist es genau gerade. Der obere ist schneller, aber wir haben noch... nicht mehr. So, gut. Laugier ist es… Welche kleine zwei putte. Okay, molecules are Gottes buenos. Sie haben gesagt, sie haben wir das hablando, was müssen wir heute zurücknehmen. Yes! Ja, ist nicht viel, aber... Hier! Was? Was macht ihr kurz? Die Tür hat geschellt. Hallo! Ah, hi! Für meinen Nachbarn. Ach so. Klingelanlage spinnt manchmal ein bisschen. So, und jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wo wir sind. Ah! Äh! Warum 2,45? Stimmt doch gar nicht. So. Aha! Aha! Darüber geht's, hm? Boah! Boah! Krass! Bis zum Fähnchen, hm? Mhm. Mhm. Ja, äh... Nein! Warum? Warum bin ich in den Bäumen gelandet? Äh... Darf ich hierher? Immerhin. Ja. Warum hat das nicht funktioniert? Ach, das finde ich jetzt scheiße. Oh. Schaut gut so weit? Na... Naja, gut. Ja, immer noch besser als zwei Schläge abgezogen zu bekommen, hm? Hm. Oh. 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 Okay. Das wäre jetzt sehr geil gewesen. Okay. Halleluja. Jetzt mal aber ruhig hier. Also... Will ein Sperenzchen da. Uh. Woah. Ah! Great Chip! Entschuldigung. Yes, yes, yes. Was hat der gerade gesagt? Great Chip! Wo sind wir? Immer noch einen. Ja, klar. Ich meine, das ist ja... Kann ja nicht anders. Und wieder eins. Oh, jetzt werden wir aber ganz schön unter Druck gesetzt. Mhm. Na gut. Hole in one. Es muss doch endlich mal droppen. Zu viel. Passt. Viel Wind. Und ein Loch. Also... Hier darfst du nicht hin. Das ist Danger Zone. Eher hier hin. Na? Na? Wie? Hm. Hm. Heading for the green here. Nee zu... Weiter im Loch. Jetzt bin ich auch wieder halb. Und nächst? Schon eher. Verdammt. Aber zum guten hin. This one is looking dialed in. Na? Hat irgendwo was gefehlt. Obwohl es jetzt... Schon dreimal weniger waren. 26 footer. Ja, hey. Ich hätte es gern gesehen. Also... Und es geht schlimm bergauf. Hm. Ich gehe auch nicht richtig besser. Der darf nicht zurückkommen. Äh. Cool. Oh. Oh. Well, that was a fantastic putt. Nothing wrong with that. Okay. 20 feet. If you say that. If you say that. Hm. Oh. Almost got that birdie. Oh. Maybe next time. Moving right along here. Hello Germany. Scotland calling. Hi. Very nice. And a warm welcome. Hi. Ian Bright. Alright. So you are in to golf too. Ha. Ha. Well, let's get out of here. And our current leader is sitting at John 1. Oh. What are you doing? Nein. Auch kompetentish dar-un-arm. Ja, aber ... Warum drückst du ... ... den Stream back? Ich habe doch gar nichts. Ja, doch. Natürlich hast du gedrückt. Hab ich gedrückt? Ja. Ob du jetzt Bier holst und den Kurs nicht siehst, oder ob ich aus Versehen mal drück. Das ist ja auch wurscht. Eigentlich, ja, okay. Stopp! Äh. Das sieht gut. Stopp! Äh, okay. Okay, okay, it's time to send this ball on it's way. Haa. 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 Fleek! Hi, Jelity, here are the boats from Scotland. You are too lovely. What about 200 yards out here? Haa, haa, haa. Haa, haa. Oh, zwischen die Palmen. Äh, nee, die... ...Gridman-Vivor. Egh. Die ist, 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 oder? Jaa. That's gonna hit something. Wow. Okay. Was ist er noch? Oh. Mmh. Oh. Now we are looking out around 185 yards. Ja, wir sind eigentlich eine geile Position. Ähm, ja, schauen wir mal. Öh. Okay. 100%. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ähm, 171,5. Okay. So. Das will ich sehen. Es ist nach links abschüssig. Okay. Oh, come on, na? That is awesome stuff. And for the bird. Da, da geht mir total auf den Senkel, diese Schatten. Dann schau's dir genauer an. Mmh. Mmh. Oh. Okay, let's see what you can do with his 8-footer. So. 8 Fuß. Okay. Äh, ja. Äh. Äh. Okay, so viele. Nee. So machen wir das. Oh, goodness. That was thoroughly disappointing. 4 feet to the hole. Oh, du kannst das tun. Oh, nö, oder? Ähm. Okay, da ist dein bogey. Good pot. Mein bogey. Ich verliere den Punkt. Scheiße. Äh. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Drück nicht weg. Und unsere currenten Leader auf dem bogey. Nein. 2 über. 69. Okay. Letztes Loch. Oh mein Gott. Last hole. And you're even. Mmh. Jetzt geht's um die Wurst. It goes um die Sausage. Around die Sausage. As wie in Deutschland sagen. It goes around die Sausage. Ein Hole in One. Wie haben wir es anfangen? Du, oder? Ich weiß nicht. Du hast das letzte Loch gewonnen. Oder das letzte Loch für mich? Ja, gut. Mittler. Na du. Nein. Du bist allgemeinführender. 170. Was? Scared. Na. No kids at all. Thanks very much. Golf is. Much better than kids. Ja, ja, ja. And we talked about playing Bloodborne. But I prefer Gold. Something chilly. And relaxing. Next time you will see Bloodborne. Yes. On this channel. Maybe only with him. Okay. Ein bisschen weniger Power. So ein Slaniker direkt dort. Okay. Here we go. This one's looking good. Zu weit rechts. Mhm. Schizzle. Du gewinnst. Nein. Nein. Hä? Nein. Ich habe jetzt so nie mal einen Schlag gemacht. Ja, aber du kannst jetzt es besser machen. Let's let it ripen. I don't think this has enough. Roll, 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 komm. Rass. 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 Okay. Das ist so nasty. Schon wieder. Was? Ich hole voll aus und... Du hast dein Pet angespuckt. Er hat sein Pet angespuckt. Das war zu langsame. Viel zu langsame. Okay, hier geht's. Diesen, um Par zu schützen. Ich pirsch mich an. Wie ein Löwen. Dann pirsch ich mich an und dann schnapp ich's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleichstand. Ja. Dies bleibt beim Gleichstand. Oh wow. Minus 3 oder plus 3 rule. Oops. I don't know what that is. Nope. Wir even. Ja. Okay. Was ist die plus 3 oder minus 3 Riegel? What is it? What are you talking about? What is the minus or plus 3 rule? We don't know that. No. Well. But thanks for watching. And thanks for the nice comments. We stay in the chat a little bit longer to hear what this rule is meant. It's all about, yeah. And you could subscribe our channel because we are playing golf once a week or twice a week. Yeah. And it's very nice. Join the golf club. And sometimes we also play other things. Like Bloodborne. No? No. Darks Horse? Good. Ah, whatever. I would like to play something cute. If you have any idea what we can play that is cute, tell us. I have idea. And it's Bloodborne. That's not cute. Maybe there's a Hello Kitty mod for Bloodborne. So, thanks for watching. Bye bye. Bye bye. And have a...